Hallo meine Lieben, ich zeige euch mal meinen neuen Lippenstift, den werde ich euch gleich direkt erstmal verlinken. Der ist von Lancome, ein Juicy Fruit Lippenstift ist das, das ist der Mango's Wild, die Nummer 31. Und der vermischt sich, man muss den immer vorher schütteln, das ist voll cool irgendwie. Ja, dann haben wir hier so ein kleines süßes Teilchen, so ein Schwämmchen und dann einfach auftragen. Ja, dann haben wir hier so ein kleines süßes Teilchen.